Musik Vor zwei Jahren habe ich die Global Success GmbH gegründet, um eine Plattform für innovative, produzierende Unternehmen entwickeln zu können, damit die Führungskräfte von diesen innovativen Unternehmen sich miteinander vernetzen, sich in einem geschützten Raum austauschen und weitere Innovations- und Wachstumspotenziale entfalten können. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es ist uns ein großes Anliegen, die deutsch-türkische Zusammenarbeit in Wissenschaft, Forschung und Bildung seitens des BMBF zu unterstützen und zu vertiefen. Die Veranstaltung ist auch insofern just in time, weil es natürlich eine optimale Gelegenheit ist, im deutsch-türkischen Wissenschaftsjahr, das eine starke Ausrichtung auf Innovation hat, auf die Förderung von Innovationen hat. Musik Wir haben eine große Rolle, die wir in Deutschland haben. Güçlü bir irade koysak da iki ülke arasındaki ilişkilerin esas aktörleri siz üreticilersiniz. Zirve çerçevesine bir araya gelme imkanı bulacak yenilikçi işadamı ve sanayicilerin kalıcı işbirlikleri kurma, teknoloji ve ARGE alanında somut projeler üretmeleri en önemli arzumuzdur. Almanya için her zaman şu söylenir ve doğrudur da Almanya Avrupa'nın motorudur, driving force'udur. İşte bunu sürdürülebilir, kılabilmek için, buna katkı da yapabilmek için Türkiye ile beraber çalışmasında her iki taraf için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok hızlı gelen, çok dinamik bir ülke var. Diğer taraftan Almanya gibi Avrupa'nın motoru olan bir ülke var. İki taraf el ele verdiği zaman çok daha büyük bir sinerji yaratır. Türkiye'de Türkiye'den Türkiye'de viyon ve Türkiye'den bir ülkelerle sebebirler. İstediğiniz için bu olu, ve Türkiye'den bir ülkelerine bilirsiniz. Bu, etkilerine bilmeti var ve değerlerine bilgi alın. İ面jeti ile öğrenme işleri, Türkiye'de ve Türk'lerine bilgi, ve bu insanlarla, Türkiye'de ve Türkiye'de, Ich habe ein paar Leute, die ich noch nicht kennen, das war gut für mich, weil ich ein paar Kontext habe. Wir könnten wirklich etwas entwickeln. Wenn wir eine open Diskussion und eine Ausgabe von Ideen haben, auf jeden Fall, kann es für beide Parteien benötigen. Wenn wir die Mitglieder der Zusammenarbeit betreffen, haben wir hier eine sehr privilegierte Gruppe. Es ist immer gut, zu haben die Netzwerke mit ihnen und zu haben eine gemeinsame Verständnis von Innovationen ist sehr wichtig, denn jeder spricht über Innovation, aber beide Länder müssen eine gemeinsame Verständnis über was Innovation ist und was beide Länder sind bereit für Innovationen. Deshalb bin ich wirklich glücklich, dass ich hier bin. Es ist ein sehr wichtiges Event, zu treffen, zu sehen, zu verabschieden, aber auch zu lernen von uns. Die Organisation war sehr gut, und hohe Standard, und die Hospitalität war sehr wichtig. Also, alles war schön. Ich glaube, die Netzwerke zwischen den Stakeholders, auf der German- und der Türkei, ist, speziell diese Tage, sehr wichtig. Ich glaube, das war der größte Vorteil von diesem Summit heute. Vielen Dank, und wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.